Willkommen bei unseren Mitarbeitenden Videos ohne Drehbuch und doppelten Boden. Unsere DPD-React-Heroes werden heute an einer Audio-Film-Trailer-Challenge teilnehmen. Es geht darum, die Audiospur berühmter Film-Trailer zu hören und den dazugehörigen Film zu erraten. Finde heraus, wie deine potenziellen Kolleginnen und Kollegen ticken. Und mache dir selbst ein Bild, ob auch du zur DPD-Familie gehören willst. Viel Spaß beim Zuschauen! Finde heraus, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst, wie du siehst. Ja, aber wo hat der Tom Hanks gesagt? Ja, das ist der Tom Hanks. Also, die Deutschen sind komisierend. Ja, das habe ich nicht genannt. Star Wars! Ist nicht! Mann! Tom Hanks, warte schnell! Warte, äh, äh, Wilson! Aber wir wollen den Kopf wieder wechseln. Der Wurdei-Boy, der Wilson. Ich weiß nicht, wie es heisst. Muna? Nein. Flucht der Karibik! No. Kannst du ein bisschen weiter machen? Ja, aber... Twilight? Nein. Tom Hanks spielt mit FedEx-Filmen und so weiter. Wie heisst der Film? Ja. Warte. Tom Hanks. Tom Hanks. Tom Hanks. Ah, woher es kommt? Ah, ich weiss es. Der Flugzeug stürzt ab und dann erhielt auf einem... ...erwählen. Ah, ich weiss, aber ich weiss den Namen. Darf ich sagen? Mann! Mann! Dürfen wir es wieder zeigen? Sie hat es jetzt... Ich haus jetzt für die Lieder! Es ist nicht der, der alleine auf der Insel ist und... Nein, genau. B.S. I love you! B.S. B.S. So ein Flugzeugabsturz oder irgendetwas, der landet auf einer Insel ganz alleine und... Man hat ja nur noch so einen Ball mit dich. Nein, ich kenne es wirklich nicht. Ich kenne es auch nicht. Keine Chance. Awww! Jo, stopp! Ich höre aber gar nicht. Ähm, bitte. Sind wir fertig? Luten noch nicht? Kannst du euch zu viel? Ja! Ja, krass. Wow!